Wenn mehrere Oberflächen eines Zahnes zerstört oder mit Füllungen versehen sind, dann empfiehlt es sich, diesen Zahn zu überkronen. Eine Krone hält den restlichen Zahn zusammen, lässt ihn nicht weiter zerbrechen und schützt ihn vor weiterem Karies. Wenn Ihnen ein Zahn aus ästhetischen Gründen nicht mehr gefällt, weil er verfärbt ist oder gebrochen, oder Sie einfach einen schöneren Zahn haben möchten, dann ist es ebenfalls möglich, ihn mit einer Krone zu versehen. Wenn ein paar Ihrer Zähne verloren gegangen sind, kann die Lücke mit einer Brücke geschlossen werden. Das bedeutet, dass ein künstlicher Zahn von Kronen vor und hinter der Lücke getragen wird. Implantate können ebenfalls Kronen tragen. In dem Fall wird die Krone nicht von benachbarten Zähnen, sondern von einem Aufbau, das direkt mit dem Implantat verbunden ist, gehalten. Kronen und Brücken bestehen aus jeweils zwei Teilen. Außen ist sie aus Porzellan, das die Farbe und Form des Zahnes bestimmt. Innen wird sie von einem starken Gerüst gehalten, das den Kaukräften entgegenwirken kann. Dieses Gerüst wird an unserer Klinik entweder aus Titan oder aus Zirkonkeramik gefertigt. Bei der Wahl dieser Materialien war es uns sehr wichtig, dass sie absolut gewebefreundlich sind und keine Allergien gegen sie bekannt sind. Der Unterschied zwischen den zwei Stoffen ist, dass Zirkonkeramik dem körpereigenen Zahnschmelz physisch, chemisch, biologisch und ästhetisch am meisten ähnelt. Es enthält keine metallischen oder dunklen Bestandteile und lässt daher im Bereich des Zahnhalses keine dunklen Streifen erscheinen und die gesamte Krone hat eine viel natürlichere Erscheinung. Der Perleffekt bedeutet, dass das Licht erst in der Tiefe der Krone bricht und von dort aus reflektiert wird, wie es bei einer Perle bzw. auch beim echten Zahn der Fall ist. Wenn vor und hinter einer Zahnlücke Zähne vorhanden sind, so kann man diesen Verlust mit einer Brücke decken. Wenn nach hinten hin ein Zahn fehlt und dahinter kein Zahn mehr kommt, dann kann man in manchen Fällen eine überhängende Brücke konstruieren, die nach hinten hin einen Zahn als Endglied hält. Hierfür muss man in den meisten Fällen ein paar Zähne verblocken. Wir möchten Ihnen nun unsere klinikeigene Zahntechnik vorstellen und Ihnen zeigen, wie bei uns ein Zahnersatz entsteht. Der im Behandlungsraum hergestellte Abdruck kommt zuerst zur Modellherstellung, bei der ein Abbild Ihrer Zähne aus Präzisionsgips ausgegossen wird. Das Gipsmodell kommt als nächstes in einen räumlichen Scanner der ein dreidimensionales Bild Ihrer Zähne erstellt. Auf die Basis dieses Bildes wird anschließend von unseren Technikern Ihr Zahnersatz geplant. Dieses Programm ist mit modernsten Planungsprogrammen gleichzusetzen und kann den Zahnersatz bis ins kleinste Detail nachbilden. Die Daten des fertigen Planes werden dann an eine CNC-Fräsmaschine weitergeleitet, das das Gerüst der Krone oder der Brücke aus Titan- oder aus Zirkonkeramik ausfräst. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass diese zwei absolut gewebefreundliche Materialien präzise bearbeitet werden können. Das Gerüst kommt anschließend in die Porzellanmanufaktur, wo der Zahn nun seine endgültige Form und Farbe bekommt. Diese Arbeit verlangt von unseren Technikern nicht nur technisches Wissen ab, sondern auch eine gewisse künstlerische Begabung. Ein Vorteil unserer Klinik ist, dass sie eine hauseigene Zahntechnik besitzt und somit die letzten Schritte zur Feinjustierung in ihrem Beisein direkt zu ihrer individuellen Situation passend durchgeführt werden können. Wenn auf diese Weise kein festsitzender Zahnersatz mehr angefertigt werden kann und kein Implantat erwünscht ist, so kann man eine herausnehmbare Prothese anfertigen. Diesen Zahnersatz kann man über Klammern und Aufruhen oder mit versteckten Riegeln an den vorhandenen Zähnen befestigen. Das funktioniert so, dass wir die hinteren Zähne über Kronen und an ihnen Geschiebe oder Druckklöpfe befestigen. Eine obere herausnehmbare Prothese hat immer einen Bogen, der über den Gaumen verläuft und die untere ein Verbindungselement, das direkt hinter den Frontzähnen vor der Zunge platziert ist. Die herausnehmbare Prothese muss täglich mindestens zweimal, am besten jedoch nach jeder Mahlzeit einmal herausgenommen und gereinigt werden. Man muss sowohl die Prothese als auch die eigenen verbleibenden Zähne putzen. In der Apotheke oder im Drogeriemarkt kann man spezielle Reinigungsprodukte für die herausnehmbare Prothese kaufen. Wir empfehlen Ihnen, diese zu verwenden. Ansonsten kann die Prothese mit Ausnahme der Reinigungszeiten immer im Mund verbleiben. Wenn ein Patient keine Zähne mehr hat, so kann eine herausnehmbare Totalprothese angefertigt werden. Diese liegt allerdings nur dem Zahnfleisch auf und ist nicht immer einfach zu stabilisieren.